Musik Funksprüche, spontane Einsätze, unerwartete Herausforderungen und ein Reifentausch der etwas größeren Dimension. So sieht ein ganz normaler Tag in der OBUS-Leitstelle Salzburg aus. Gregor Weiß macht sich auf den Weg in die Arbeit. Als Verkehrsmeister und Leitstellendisponent hat er seit mittlerweile 20 Jahren alle OBUS in der Stadt Salzburg im Blick. Beim Eingang holt sich Gregor alle wichtigen Informationen vom Vorabend. Das sind einmal irgendeine Dienste, Fahrer, die sich krank gemalt haben, Dienste, die nicht besetzt sind, Fahrzeuglisten, wie die Fahrzeuge in der Früh dann ausfahren aus den Garagen oder ganz wichtige Informationen, sollte es eine Störungen geben haben, dass ich da auch schon in der Früh wieder reagieren kann drauf. In der Leitstelle kommen alle Funksprüche der OBUS-Lenker an. Hier wird der gesamte Linienverkehr koordiniert und bei Problemen sofort geholfen. Es fahren draußen 95 Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet und wenn dementsprechende Staus oder Behinderungen sind, dann sind die Disponenten natürlich gefordert einzugreifen und dementsprechend die Linien zu koordinieren, umzuleiten und damit der Linienverkehr immer aufrecht ist. Die Mitarbeiter, die da herinnen tätig sind, die waren früher mal im Fahrdienst. Das ist die Grundvoraussetzung, also die wissen jedes Eck in der Stadt Salzburg, sonst kann man da herinnen nicht arbeiten, denn man muss sich das vorstellen können, und man muss die Anweisungen dem Personal draußen geben, wie sie am besten Umleitungen fahren, ausweichen. Der muss wissen, geht sich das aus mit dem großen Fahrzeug, wo kann das Fahrzeug abbiegen, wie funktioniert das, damit der Linienverkehr aufrecht bleibt. Gregors Aufgabe ist es für Lösungen zu sorgen. Er ist die Hauptansprechperson für den Fahrdienst in der Stadt Salzburg. Grundsätzlich werden unsere Informationen mit Funk abgewickelt. Das geht an die Leitstelle und dann muss ich wieder entscheiden, brauche ich einen Ersatzmann oder brauche ich die Werkstatt oder eine Revision dazu. Die Herausforderung da, das ist, wenn ich in der Früh komme als Disponent, was erwartet mich heute. Es ist kein Tag wie ein anderer. Demonstrationen, Stau, Unfall etc., wo man nicht beteiligt ist, sondern wo die Straße gesperrt ist und da muss der Disponent dann dementsprechend eingreifen, damit der Linienverkehr aufrecht ist. Ich gehe nochmals zur Information. Linie 8, einwärts von der Baumgartnerstraße über die Kreuzung, Moosstraße, Neutlerstraße bis zur Haltestelle Reichenhallerstraße, Aggregatfahrt bzw. Batteriefahrt wegen der Baustelle, die da seit heute wieder stattfindet. Die Oberleitung wurde abgebaut bzw. verlegt. Die O-Busse sind mit GPS hinterlegt. Aufgrund der gefahrenen Meter und der Korrektur durch GPS kommen die Informationen in den Zentralrechner. Dieser hat den Sollfahrplan eingespeichert und vergleicht ihn mit den Ist-Daten des O-Busses. Am Bildschirm sieht dann der Disponent, so wie hinter mir, zum Beispiel die Stadt, wo die Fahrzeuge unterwegs sind. Und wenn dann der Bedarf ist, kann man dann die Linien genau im Einzelnen herschalten bis auf das einzelne Fahrzeug. Im Moment ist es noch relativ ruhig in der Leitstelle. Doch wovon Gregor nichts ahnt? Das ändert sich in wenigen Minuten. Während Gregor die nächsten Funksprüche entgegennimmt, schaut sich Patrick Pilsner in der O-Bus-Werkstatt an, welche Reparaturen heute am Plan stehen. Bei einem O-Bus ist heute die Halbjahreswartung fällig. Bei der Halbjahreswartung ist zu machen der Kompressor, sämtliche Filter. Es wird der Bus selber von innen überprüft. Die Reifen werden kontrolliert, Schleifschuhe werden kontrolliert, Bremsen werden kontrolliert, Bremsleitungen werden überprüft. Erst überprüft Patrick wie bei jeder Wartung den Schleifschuh. Dazu steigt er auf den Werkstattturm. Eigentlich eine Routinearbeit, die zu jeder Wartung gehört. Bei der Kontrolle von den Schleifschuhen schaue ich, ob die Gelenke vom Schleifschuh ausgeschlagen sind oder irgendwelche Schäden aufweisen. Sollte das der Fall sein, muss er natürlich erneuert oder ersetzt werden. Es ist eine sehr wichtige Arbeit, weil ohne Strom kann man den Bus nicht bewegen. Nach dem Schleifschuhtausch geht es für Patrick zur Kompressorwartung. Bei der Kompressorwartung ist, wenn er gerade frisch reinkommt, also wenn der Bus gerade gefahren ist, dann sind da natürlich sehr hohe Drücke auch drauf im Kompressorinneren. Da ist wichtig, dass man den Druck vorher abblasst. Zuerst den Druck abblassen, Öl abblassen und dann fange ich an mit Luftfilter, Ölfilter, Öl-Akscheider und baue das Ganze halt nachher, wenn ich alles kontrolliert bzw. erneuert habe, baue ich das Ganze nachher wieder zusammen, fülle frisches Öl auf. Später werden mit einem Spezialgerät die riesigen O-Bus-Reifen gewechselt, aber plötzlich gibt es in der Leitstelle ein Problem. Zur Information, Linie 3, Linie 8, bitte aufpassen bei der Ausfahrt von der Garage, da haben wir eine Weichenstörung, Aggregatfahrzeuge können abückeln, andere müssen halt umhängen. Oberleitung wird verständigt, Linienbetrieb ist soweit aufrecht. Ja, Servus, Leitstelle, Gregor ist da. Gregor informiert sofort alle Kollegen und beordert den Turmwagen mit Bautrupp zur betroffenen Stelle, damit sich die Profis um die Störung kümmern können. Hier ist höchste Konzentration gefragt. Wir stellen die Bühne auf, schaffen den Kontakt mit dem Fahrer und schwenken dann die Bühne dahin, wo es nötig ist, bzw. der Fahrer fährt hin und her oder ändert die Position des Fahrzeuges seitlich, dass wir gut zur Arbeit kommen. Es kann auch sein, dass wir immer wieder die Bühne wegschwenken müssen, wenn doch noch Busse durchbrachen. Ja, es werden die defekten Teile getauscht und eben unter Beachtung der Spannung, wenn eingeschaltet ist. Also sehr konzentriert, immer nur ein Potenzial berühren. Die Kollegen dürfen einander nicht berühren. Also wir müssen uns sehr konzentrieren. Ja, passt, ganz gut, alles klar. Ja, gebe ich gleich raus. Weichenstörungsbereich Polizeidirektion wurde behoben. Wir können wieder normal fahren. Auch den Ablösern bitte Bescheid geben. Auch Patrick Pilsner ist mit der Jahreswartung des O-Busses fast fertig. Jetzt müssen nur noch zwei Reifen gewechselt werden. Wir haben eigene Maschinen nachher da, wo die Radmutter nachher zum Aufmachen gehen. Die werden halt alle geöffnet. Der Reifen wird runtergegeben, nach draußen gefahren und ein neuer Reifen vom Reifenlager nachher geholt. Und auf die Achse montiert. Vor allem Reifenwechseln steht hier in der O-Bus-Werkstatt an der Tagesordnung. Durch das ständige Stehenbleiben und Wegfahren im Stadtgebiet werden die Reifen natürlich auch besonders beansprucht. Die Halbjahreswartung ist erledigt und der O-Bus ist pünktlich fertig. Auch wenn Sicherheit hier vorgeht. Natürlich, die Wartung sollte an dem Tag, wo es reinkommt, fertig werden. Das ist auch klar. Aber sollte es irgendwelche Fehler geben, sei es die Bremsen oder sei es irgendein elektronischer Fehler, dann wird da natürlich am selben oder am nächsten Tag erst geschaut und muss natürlich zuerst gemacht werden, bevor der Bus wieder fahren darf. Auch Gregor Weiß hat seine Schicht geschafft und übergibt noch wichtige Informationen an seinen Kollegen. Der weiß Bescheid, oder? Das habe ich schon erledigt. Okay. Und da muss auch die Nachmittagsreserve, aber den ganzen Nachmittagsverkehr. Patrick Pilsner und Gregor Weiß sind zwei der vielen Zahnrädchen, die dafür sorgen, dass der O-Bus-Verkehr optimal läuft und Störungen so schnell behoben werden, dass die Kunden möglichst wenig davon merken und schnell an ihr Ziel kommen. Und da muss auch die Nachmittagsverkehr, die für die Nachmittagsverkehr, die für die Nachmittagsverkehr,